Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Für mich ist es eigentlich nicht neu, weil ich es schon mal aufgenommen habe. Let's Play Tabletop Simulator mit dem Felix. Hier ist der. Und dem Philipp. Höfer. So. Also die Steuerung, die ist echt gewöhnungsbedürftig, oder? Ja, wir spielen heute Minigolf oder versuchen das zumindest, aber es ist etwas kompliziert manchmal. Aber Felix darf anfangen. Wo soll ich anfangen? Wo hast du jetzt eigentlich den Ball hingetroschen? Der liegt auf der 2. Nein, wir können ja jetzt auf der 1 anfangen. Ja, fangen wir an auf der 1. Wupp. Oh, 1. Ach nee, der holt ein bisschen. Warte mal. So die Kamera. Mit rechter Maus kannst du drehen, ne? Ja, ja. Der holt. Ist egal. Ja, da, jetzt steht er. Oh. Der kommt noch. Der rollt, ne? Halt, ist er, ne? Der kommt, ne? Oder vielleicht, ja? Also. Vielleicht rollt er noch einen Kreis und geht dann rein. Oh. Oh. Oh, in der Ecke. Na, da rollt er. Der rollt immer noch. Das ist die, Junge. Ja, das war der dritte Versuch. Ach, du zählst mit? Ich habe ihn vergessen. Vergessen. Hä? Ach, jetzt bist du gegen die unsichtbare Wand gestoßen, ne? Ja. Ja, da war der fünfte. Ah, da war er nicht getroffen. Sechster Versuch war das. Nach zehn Versuchen hast du bis zur Pause, ne? Und die Sparerwand. Ah, das ist die siebte Versuch. Ja, aber das ist auch so. Jetzt wird er vielleicht hektisch. Ich bin schon zum, keine Ahnung, zum dritten Mal in dieser Ecke. Ah, achter Versuch. Jetzt wird er drüber gelookt. Wer hat denn da bald ein neunter Versuch? Hey, das war ein Versuch? Wo war das Versuch? Du hast weitergestoßen, eindeutig. Und jetzt kommt Versuch Nummer zehn. Boah. Ein Bandenspiel. So, komm mal her. Warum ist denn da eine unsichtbare Wand? Das ist ja voll ungefähr. Jetzt zeige ich dir mal, wie das so Profi macht. Ja, mach das mal. So, pass auf. Jetzt wird's hier gemessen. Warte mal, der Ball muss erstmal hier hin. So, und dann machen wir es so und so. Ja, aha, ich hab's gesehen. Ne, pass auf, der kommt noch. Ja. Warte, warte, warte. Ich hab erstmal in die Ecke geschossen. Kann ich hier mit der Ecke Handlung messen? War der zweite Versuch? Ja. Lass dir Zeit, Philipp. Das war vorbei. Das war drin. Ja, war der vierte Versuch. Das heißt, also... So, Bahn. Ja, der Philipp hat jetzt hier... Schreibst du das mit irgendwo? Ja. Vier. Wo ist denn hier? Da, außen. Ach, da, vier. Aha. Die Karten, die sind mir irgendwie im Weg. So. Kannst du die stapeln übereinander? Boah, der liegt. Äh. So. Hier, ich mach jetzt. Ja, ach so. Ich gucke. Guck mal, ein Häschen. Boah, das könnte zu viel sein. Ich weiß es nicht. Wow. Och, was? Erst auf so. Jetzt rollt er natürlich bis ganz. Jetzt. So, zwei. Ja, ich lasse es mal rollen. Geht so mit Kante ab hier. Wäre es eben. Ja, super. Also, bei zwei bin ich, ne? Ja, ja. Oh. Drei. Falser. Trainiert am ersten Loch. Wo schreibst denn du das hin? Jungs, wo? Beim ersten Mal waren es 10, ne? Ja, und jetzt sind... Ach, so wie. Das ist 13. Super aktuell. So, pass auf, ich schieße jetzt. Schreib. Ja, ne? Oh, komm. Guck mal, ich bin schon beim ersten Fuß so hinten. Nein! Telefon! Wer ruft ihn an? Guck mal, ich habe einen neuen Klingelton. Habe ich den schon mal erzählt? Ja, das war ich schon. Okay, hier steht jede Telefonnummer. Hier bei Philipp. Hallo? Oh, verdammt. Drei. Vier. Hoppala. Ah! Ja, 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 ja. Sechs Versuche. Sehst, ich bin jetzt bei zehn. Ich bin bei 13. Wir sind ja da Rotticho. Da ist Rotticho. So, zehn. Du, das war die Bahn. Ach, hier geht's nach oben. Okay. Was braucht man? Das ist eine Startrampe. Du meinst, der kann drüber rausfliegen? Ja. Erstes Mal muss ich genau gerade machen. Jawohl, jetzt wird es erstmal Nacht hier. Finde ich schöner. Bessere Atmosphäre. Aber jetzt kommen wir hin und in die Straße runter. Komm, tun wir das so, als würdest du das Spiel beherrschen. Oh, was? Ey, ist da wieder so eine Wand, oder was? Blendest du dir da hin, oder ob ich? Ich stelle mir vor. Willst du den wieder auf seinen Standpunkt zurücksetzen? Nö. Okay. Zählt das Versuch. Ey, das hat, äh, hast du jetzt hier irgendeine Wand zugesetzt, oder was? Nein, hab ich nicht. Das Spiel ist einfach scheiße. Alter. Da kann ich ja nichts dafür. Eins. Ne, Bahn 3 ist das. Bahn 3 ist das! Na, komm. Hetz mich nicht, Freund. Hetz mich nicht. Blase. So, jetzt wisch ich mal um. Alter. Jetzt macht er schön, dort in die Ecke rein, dort bleibt er da noch stehen. Alter, wie das geklautelt. Alter, bleib stehen, du scheiß Ball. Oh. Oh. Vier oder so? Ja, vier, genau. Fünf. Sechse? Ja. Ja, boah, Alter. Gibt man den da wieder raus? Nö. Eigentlich schon, ne? Ja, dauer. Ich hab mich mit meinen langen Fingern. Was hat man nochmal gezählt? Sechse? Ach, guck mal, der Ball liegt perfekt. Pass auf. Reihe, Sechse, Neun. Nein! Das war zu wenig Schwung. Tja, ich hatte die Zahl schon beim ersten Mal raus. Da war halt bloß diese Wand. Da, 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 da. Da ist die Wand. Ich weiß, ich soll nur leichter mal annehmen. Ich bin auch doof. Komm, da. Ja, Mann. Ich hab's so mit zwei geschafft. Boah, Alter. Vier. Was war denn das jetzt? Vier, drei? Vier. So, jetzt das Ding wieder hier rausangeln. So, vierzehn. So, wo sind wir jetzt her? Hier. Auf der Bahn vier. Da würde ich sagen, Bahn vier gibt's hier. Ach, du, äh, änderst die Umgebung. Aha. Was sind wir denn jetzt her? Keller. Tunnel ist das Ding. Tunnel. Du, Achtung. Geht eher aus wie Kapuf. Einschlag. Was braucht man noch? Wie viel Schwung braucht man denn? Scheiße. Scheiße. Ja, das ist aber gut, wie er gerollend ist. Grolleniest. Ja, Philipp, da lockt sich gerade mit dem Laptop ein. Ja, hast du's gesehen. Zwei. Boah, geil. So, er kann erst mal aufschreiben. Zehn plus drei sind 13, sind 19. Achso, ich kann das ja auch wegradieren. Was sind 19 plus zwei sind eh ein Zwanz. Ha. Boah, pass auf. Wie viel hast du gemacht? Drei. Zwei. Fuck. Genau, das gleiche hat ich auch. Dann ist er da zu lang gerollt. Und dann hab ich den reingemacht. Das kann ich ja auch. Siehste? Du bist nix besonderes. So, Bahn 4 war das. Bahn 5. Oh, hier liegt noch ein Manrican. 16. Oh, scheiße. Ich bin runtergeflogen. So, ich muss erst mal wieder ran. Die Steuerung ist eigentlich irgendwie nicht ohne. Ach, der bleibt Diegen. Oh, Philipp. Mach gerade wieder eine unsichtbare Wand oder sowas. Ich rüge gerade auf, ja. Ist hier eine unsichtbare Wand? Nur mal so als Frage. Das wüsste ich doch, ne? So weit sind wir da gekommen. Dann haben wir entschlossen. Das Spiel ist scheiße. Ich schätze mal, 3 ist zu wenig. Ey, nimm da das Manrican doch weg. Alter! Ne, das Spiel ist scheiße. Das ist perfekt. 2 in 2. Scheiße, ich hätte gar nicht die 2 Löcher müssen. So, pass auf. Kann ich auch. Boah, Junge! Ich kann nicht einfach stehen bleiben. Ah, Manu, wie viel hast du? 16. 17 jetzt. Kann ich auch. Wenn das die 5 war, dann ist also das hier dann die 6. Ja, ich dachte gerade, da hast du ein Loch reingeschmissen schon. Nein. Fertig. So, Schnipsfinger. Ah, eh, mal Bande wäre das irgendwie so. Hier lang. Ah, scheiße. Viel zu wenig Schwung genommen. Ja, ich lasse mal rollen. Also 1. 1. Ah, scheiße. Hier, du kannst nichts. 3. 4. Ich flippe aus. Ich flippe aus. Weil das Ding auch nicht stehen bleibt, ne? Weil der einfach nicht stehen bleibt. Weil der einfach nicht stehen bleibt. 6. Ja, komm, komm. 6, 6. Oh. Jawohl. Der siebte. Der siebte. Ja. An so einem Scheiß, Schweinenloch, dann scheitert. No, 8. 9. 10. So, und damit baut der Felix seinen Vorsprung aus. 2.3 ist denn das damit. Wie sieht es denn mit der Folgenlänge aus, mal so als Frage? Ja, keine Ahnung. Ich wüsste eh nicht, wie lange ich voll aufnehmen. 5. 5.